Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Rave. Diesmal ohne Facecam, weil es mittlerweile schon dunkel ist und ich keine Beleuchtung habe. Dann gehen wir gleich mal auf den Server drauf. Und es sind zwei Leute oben. Ich weiß nicht wer das hier. Keine Ahnung. Und ich hoffe mal, dass es von unserer Stadt ist. Weil ich habe keine Lust. Ich habe gesehen, die im Ge... Oh, zum Glück. Hallo. So. So. Äh. So, FPS. Ihr fängt euch jetzt nochmal bitte wieder. So gut. Jetzt haben wir 17.15 Uhr. Perfekt. Dann können wir genau bis 18 Uhr hier schön schöne Sachen machen. Und was schwebt hier eigentlich um mich rum? Nichts mehr. Okay. Ach, ist das jetzt... Ach nee, nee, nee. Ist schon okay. Ist schon okay. Ist schon okay, Leute. Ich wollte euch nicht verwirren. Tut mir leid. So. Jetzt gehen wir erstens gleich mal zu einem neuen Tower. Beziehungsweise zu einem neuen Untergrund Tower. Denn ich habe gemerkt, ich habe ganz schön schlechte Sachen für mein Verhältnis. Ähm. Ich bin sonst, was das betrifft, viel, viel schneller. Und wenn man sich mal so die Stadt Rot anguckt, die hat auf jeden Fall schon, ähm... Bei weitem mehr, möchte ich sagen. Die haben Flugstäbe und so weiter. Da kann ich nur davon träumen. Und so ein Tower, der wäre jetzt schon geil. Also ich habe auf jeden Fall vor, in dieser Folge ein Tower zu machen. Dazu sollten wir aber vielleicht mal in ein neues Biom gehen, wo auch vielleicht ein Tower noch vorhanden ist, der noch gut ist. So. Zack, 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 zack. Erstmal alles mitnehmen hier. So, ja. Okay, Shapecraft und... Und Bustos sind auf dem Server. Mit denen werde ich auf jeden Fall auch noch eine Folge aufnehmen. Aber, ähm... Ich möchte die Leute dann immer nie stören und so. Und, ja, keine Ahnung. Ich... Also... Ist das schon gelootet? Hier so ein Baum. Und irgendwie öffnet sich die... Ah, jetzt. Okay, so. Dann setzen wir das gleich mal so. Und ich würde sagen... Ey, du... Du... Du kleine Sau. Stirb. Oh, Enderperlen. Nicht schlecht. Ich würde sagen, wir packen ein paar crappy Dinge wie die hier. Packen wir da einfach rein, weil die brauchen wir jetzt ja nicht. Was ist ein scheiß Problem? Ich habe die doch getötet. Okay, so. Ähm, dann... Können wir die Slabs noch wegpacken. Die Strings, den Bogen. Die Pfeil... Ne, ne, ne. Die Pfeil lasse ich schon hier. Das hier, das hier, das hier. Das hier. Ich lasse das jetzt einfach mal so. Ähm. Ich denke, den Rest könnten wir gut gebrauchen. Aber ich glaube, das ist so ein... So ein Crab Dungeon, weil der so kaputt ist. Ich habe gehört, dass das dann Crab ist. Und es gibt keine Schöne Sache, wie habe ich gehört. Weil der schon sehr kaputt ist. So. Zack. Ach. Da hört ihr sie. Die hübschen Blazes. Die kleinen, hässlichen Bitches. Ein Zombie-Spawner. Erstmal abgebaut. Hä? Der wurde jetzt dann zum Schweine-Spawner oder was ist da los? Du blöde Blaze. Okay, sie ist tot. So. Was haben wir hier? Shiny Baubel. Okay. Noch eine Iron Pickaxe. Nehme ich jetzt einfach mal mit. Und das hier nehme ich auch mal mit. Okay. Hier sind halt so Werk-Alltagsgegenstände drin. Ich meine... Die sind auch nicht schlecht, oder? So. 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 Abgebaut und abgebaut und zack. Oh, es leckt. Nein, bitte nicht. Ich habe irgendwie solche Lecks heute. Ja. Nicht nur bei denen leckt es auch. So. Geil. Ja, egal. Ich würde sagen, dann bauen wir die noch ab. Und töten. Oh. Ja. Geil. Sind Schweine-Spawner geworden. Wow. Das sind ganz, ganz komische Spawner. Die werden dann irgendwie immer so zu Schweine-Spawnern oder so. Guck, das ist jetzt ein Schweine-Spawner. Das leckt schon wieder. Okay. Den habe ich jetzt down. Aber... Okay, der ist jetzt auch abgebaut. Ganz, ganz komisch. Der Server hier. Also so ein bisschen laggy ist der auch. Finde ich nicht so geil. So. Erstmal hier. Zack. Alles schon abgebaut. Und dann gucken wir hier rein. Och, alles leer. Das kann es ja nicht sein, Leute. Das kann es ja nicht sein. Ah, aber hier oben ist auch noch ein Spawner. Zack. Der ist jetzt erstmal abgebaut. Ah, eine Iron-Axt, Strings und Äpfel. Na gut. Ich bin einverstanden damit, aber... Wir könnten jetzt YOLO... Nee. Nee, 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 nee. Das riskiere ich jetzt nicht. Nee. Ist mir zu gefährlich. Ist mir zu gefährlich. Stattdessen hüpfe ich runter und sterbe dabei fast. Okay. Schlauster Mensch. So. Zack. Jetzt können wir hier die Eisenbahn mitnehmen. Den Bogen, die Strings. Äh. Zack. Pumpkins nehmen wir auch mit. Ja. Das war's. Das war's mir. Scheiße brau bin ich. Oh, ich kann die Sachen ja gar nicht wegwerfen wegen meinen Meteoritenschuhen. Ja. Oh my... Oh my... Oh my... Oh my gosh. Na... Ach. Hiervon kommen die ganzen Endermänner. OMG. Was ist denn da los? Zack. Man kann die ja nicht mit dem Bogen treffen, ne? Aber das würde ich schon gern mal. Uah. Du dumme. Sau du. Okay. Den haben wir tot. So. Erstmal hier alles schon abbauen. Aber ich glaube das ist auch wieder so ein kaputtes Ding. Ist ja nicht so geil diese kaputten. Oder so ein Piratenschiff wäre irgendwie cool. Komm hier hoch. Geht das irgendwie? Ich baue mich mal hier hoch. Zack. So. Leute. Ich habe ja heute dieses Video gemacht. Das kam eigentlich ganz gut bei euch an. Finde ich echt cool von euch. Dass ihr da so offen drüber steht. Und... Ich muss ja sagen, das war ja noch nicht alles. Es wurden jetzt auch noch Geiseln gefangen in Paris. Und keine Ahnung. Ich möchte auch jetzt auch gar nicht mehr weiter drauf eingehen. Ich finde es einfach nur schrecklich, wenn solche Leute sowas tun. Aber... Das sind halt Leute, die brauchen sowas anscheinend. Die können das nicht anders. Die brauchen sowas. Die müssen Menschen irgendwie total fertig machen und quälen. Oh. Da war also schon jemand. Okay. Weil da wurde sich hoch gebaut. Und hier drin. Da war bestimmt auch schon jemand. Das ist das Problem. Wenn ich irgendwie keine Zeit habe oder so. So. Wenn ich irgendwie keine Zeit habe. What the fuck? Was sind das hier für komische Gebäude? Aber das hat keiner aus unserer Stadt gebaut, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß es nicht. So. Dann gucken wir mal hier rein. Hallo. Dann gehen wir... Oh, solche Untergrund-Dungeons. Die habe ich gehört sind gut. Habe ich mal gehört. So. Und goldene Apfel. Okay. Und vier Eisen. Ja, hat sich ja gelohnt. Jetzt haben wir einen goldenen Apfel. Und Äpfel sind gut und lecker und schmecken gut. Und vor allem, wenn sie golden sind. So. Oh, Chocobos. Äh. Oh, eine Chocobofeder. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Äh. Was schmeiße ich weg? Das hier. Denn dann können wir eine Sattel machen und euch schön reiten. So. Okay, wir haben jetzt noch ganze sieben Minuten. Ach so, ja. Wir haben noch ganze sieben Minuten. Ich dachte mir gerade so... Oh mein Gott. Es ist schon... Wir haben schon über 15 Minuten. Aber nein, haben wir nicht. Wir haben noch nicht viel erreicht. Außer, dass wir jetzt so ein paar Dungeons gemacht haben. Die eigentlich ja recht low waren. Deswegen... Ja. Mal schauen, ob wir heute noch was cooles gebacken kriegen. So, zack, zack. Ich bin echt gespannt, was das hier für ein Gebäude ist. Ach, lol. Das hier ist unser Spawn. Okay. Äh. Das merke ich mir. Kann man hier irgendwie... Nee. Ich möchte hier gerne ein Dings machen. Ah, das ist unser Spawn Point. Ja gut. Hat irgendjemand gesagt, dass man nicht mehr durch dieses Portal zur Stadt Rot gehen kann? Ja gut. Das hat zwar jemand, aber... Nee, also ich weiß nichts davon, dass man das nicht darf. Ui. Da vorne ist eine große Ritterburg. Die werden wir gleich mal... Die werden wir gleich mal erstürmen. Dumm, 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 dumm. Und vor allem... Ich meine, statt Rot... Ich mag euch. Ich möchte euch doch nur ein bisschen streichen. Vielleicht auch ein bisschen töten. So. Okay. Irgendwie... Muss ich echt sagen, dass ich mich jetzt gerade irgendwie echt freue. Dass, ähm... Ich irgendwie heute ein Video drüber gemacht habe, über das Thema und so. Gut. So. Zack. Oh, ich höre es schon. Ich höre es schon. Ich werde sterben. Hört ihr das auch? Sind noch keine Norm... Oh. Ja, klar. OMG. Sterbt alle. Sterbt alle. Sterbt. Archer, stirb. Okay. Scheiße, ich habe hier keine Blöcke. Ich habe gar... Ich habe gar keine Blöcke. Oh mein Gott, machen die Damage. Oh mein Gott. Oh lol. Und dann ist hier jetzt auch noch jemand gestorben wegen einem Zombie. Lol. OMG. Die machen ja richtig Hard Damage. Warte, hier habe ich gleich eine Werkbank. Hier kann ich jetzt dann gleich... Äh... Die brauchen wir jetzt erstmal nicht. So. Okay, gut. Was habe ich denn hier alles? Blaze Rod. Brauche ich nicht. Ähm... Oh, eine Windessenz. Ja, cool. Ich mache das jetzt mal so. Ich hole mir da die ganzen Äpfel raus. Den goldenen Apfel lege ich unten auch mal ins Inventar. Das packe ich mal hier hoch. Die Sachen lasse ich jetzt mal hier. Würde ich sagen. Ähm... Dann kann ich mich immer erinnern. Ja, hier drinnen da... Da kann ich... Wenn was ist. Okay. So. Sterbt. Oh. Es kommen alle. Es kommen alle! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Haut alle ab. Haut alle... Geht alle weg. Und es leckt auch jetzt noch. Es leckt noch. Geil. Also Lecks. Das muss ich sagen. Das feiere ich. Auf jeden Fall. Also Lecks ist sowas, was ich überhaupt mag. Oh fuck. Ich bin fast tot. Okay. Perfekt. Einfach hier schnell gegessen. Und ich habe eine Darkness Essenz bekommen. Ach die droppen extrem gut solche Essenzen muss ich sagen. Walker. Das sind aber keine Walker Bosse oder? Also ne. Der zieht mir mit 1 Sonnen im Schuss richtig viel ab. Ich bin gleich tot. Ich bin 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 tot. Oh. Nein. Hau ab. Oh. Oh. Okay. Ich habe hier eine Life Essenz und so weiter. Das bringt sich aber jetzt nichts. Ich könnte mich... Ich kann mich ja eh nicht mit selbst teilen. Haut mal alle ab hier. Bitte. Geht mal alle weg. Hallo. Hallo. Ah hier aber kann ich alle schon abfarmen. Das ist schön. So. So. Okay Leute. Ich bin gerade echt ein bisschen angespannt. Vor allem. Wir sollten ja eigentlich hier auch dann noch weg. Das ist dann ja ein bisschen blöd. Stirb. So. Perfekt. Einen Enchantment Table hätten wir uns auch machen sollen. Das ist ein großer Fehler jetzt von uns gewesen. Vielleicht hier rein zu gehen. Das war vielleicht echt kein guter Zeitpunkt. So. Aber wir machen einiges an Damage. Merke ich schon. Okay. Wir töten nämlich hier irgendwie alles. trotzdem, dass wir so... Was soll ich sagen? Vielleicht ist hier drin ein Enchantment Table. Das... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das hier für eine Falle, ey. Die rasten ja gerade richtig aus. Und ausgeleuchtet habe ich auch nicht. Okay. Stirb. Äh. Eine Hexical Essence möchte ich haben für den Flugstab. Dann bin ich zufrieden. Ah. Die haben auch solche Stäbe. Ich möchte Hexical Essence haben. Schwiert eine um mir. Nein. Schade. Ich könnte jetzt natürlich überleben, aber ich möchte nicht überleben. Okay, Leute. Wisst ihr was? Oh mein Gott. Haut alle ab hier. Puh. So. Ich gehe jetzt einfach da runter. Zack, 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 zack. Und werde mich jetzt... Ich gucke noch ganz kurz in die Truhe hier. Okay. Nur was zu essen. Und hier wahrscheinlich auch. Gut, Leute. Also, wir bauen uns jetzt hier ein. Das heißt, zack, 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 zack. Gut. Okay, perfekt, Leute. Ähm. Wir sehen uns in der nächsten Folge Trave. Und ich würde sagen, ich disconnect jetzt vom Server. Ich möchte nämlich nicht mehr überziehen. Haut rein, Leute. Haltet die Ohren steif. Beim nächsten Mal werden wir dann die Höhle weiter erforschen. Und ich würde sagen, macht's gut. Ciao.